Musik Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit, auch noch 1877, in Bayern gleich gar. Damals hat noch seine Majestät König Ludwig II. regiert, ein kunstsinniger Monarch. Das Bier war noch dunkel, die Menschen waren typisch, die Burschen schneidig, die Dirndln sitzern und die Honorationen ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals, denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königlich-bayerische Amtsgericht. Untertitelung des ZDF, 2020